Ich fang schon mal an. Ja, ich auch. Mich ärgert grad ne Fliege. Kein Feld darf frei sein. Ich fang schon mal an. Ja, ich auch. Mich ärgert grad ne Fliege. Fast so wie eine Rose für mich. Das kam aus dem Nix, man. Ich hab mir die Folge angesehen. Also, tote Stille. Eine Rose für mich. Du hast sie nicht mehr eingekriegt, wa? Leute, mach das mal nach System, ey. Ach, halt die Schnauze. Echte, ey. So. Du musst aber wirklich ne neue Welt für den Server machen, ne? Ey, hauke. Nein, wir fliegen einfach woanders hin. Meinst du deine Mama? Die auch nach System gemacht? Hä? Meinst du deine Mutter? Hat dich auch nach System gezeugt? Ja, deine Mutter, du bist ein Trick-Trader. Wenn deine Mutter dich nach System gezeugt hätte, dann wäre was ganz anderes rausgekommen. Marcel, du bist festgemerzt, dass wir dich runter machen. Aber selbst, ich mach dich mal runter. Nein, reicher Schnösel. Zum Beispiel, Michi, wer mit jetzt zusammen sein will, muss man taub und blind sein und so. Hab ich denn gesagt? Ja, einer hat ziemlich frühen Folge. Oh, Entschuldigung, Michi. Halt die Schnauze. Basta, ey. Das war nicht so. Leute, sag mal, kann man den Server irgendwie nochmal so machen, dass das oder sind unsere Häuser jetzt für immer kaputt? Äh, nein, ich hab ihn gespeichert mit den Häusern noch, ne? Jetzt ernsthaft? Ja. Aber da war ich noch nicht komplett. Na toll. Wieso, wolltest du es nochmal zerstören? Das macht Spaß. Nein, das machen wir mal an die Schnauze. Komm, ich künd' jetzt einfach was dran, ey. Ja, ich auch, ey. Nein! Hört auf! Oh, stimmt. Und auch wie. Ging nicht mehr. Das sieht bestimmt geilen Ausfahrt um. Alter! Ach du Kacke! Wir hätten das Server sp... Hahahaha! Wurkenpfei! Der spackt voll ab. Der ist wenig mehr. Ja! Also, bei mir läuft doch alles ganz gut. Ey! Ich bin hier nicht mehr. Bist du ne riesen Kraterlandschaft geworden. Unter uns zwei. Ja, halt auf den Mond. Leute, Leute, Leute. Unter uns ist voll das Minensystem. Ich hatte grad die Grafik-Bug. Ja? Hast du das grad auch gesehen? Ja! Oh, das war das. Ich... Hallo. Alter, es war ja auch der Server so abgeschmiert, halbwegs. Nö. Nö. Das war das, wo ich gesagt hab, ja lass mal bei mir reingehen. Hinter meinem Haus. Na, okay. Ich zeig nochmal alles. Hier ist alles schön hochgegangen. So. Das war unsere erste Season. Hoffe euch hat's gefallen. Irgendeiner schwimmt grad durch Marcel's Wasser. Egal. Ich stell mich jetzt nochmal vor Slaytricks. Ey, warte. Ich auch. Oh, scheiße. Warte, jetzt schmiert grad der Server bei mir ab. Hahaha. Wartet auf mich für den Abschluss der Season. Es war eine sehr schöne Zeit, aber ich denke mal, wie ich alle kenne, vor allem wie ich Lars kenne, werden wir auf jeden Fall eine neue Season starten. mit neuen Häusern. Neue Häusern. Neue Häusern. Neue Häusern. Ja. So weiter. Wenn das Handy ist, dass man nicht da rein ist, dass der Franken ausliegt, tut mir dann sehr leid. Aber was man nicht verhindern kann, das ist dann halt so. und warum kann man ein Rettwürgelt 6 Ekl ach du scheiße da läuft Männer er wird an die es ist mit ihm er wird er anlebt Trixin gettet was die Schule okay ich umhörte spinne mit TNT ich auch immer ein Krieger Prozent folgen in der Selle der Blattdicht die was genau was auf die Zukunft alter bei mir das ganze Spiel ja die Spiele jetzt auch meine Stimme E1 auch noch ein Enderman war draufgegangen was war das das heißt ich will er jetzt auch ein Schwanz da und die unfertigen alle gleich ich bin erlägt jetzt auch doch toll ist nicht alles, was man blasen kann Alter, der spruch war echt gut, die Spinne Welcher denn? Welcher denn, Mann? Marcel, erst mal so... Was denn? Alles in Ordnung? Ich... ich geh gleich um Marcel, erst mal so nicht... Ach du Scheiße Äh, was hab ich noch mal gesagt? Och, ey... Marcel sagt dir die Spinne direkt jetzt auch, mein Schwanz Äh, warum lacht ihr? Boah, es geil war Aber man könnte ja mal aufhören Hey Die Spinne leckt jetzt auch, mein Schwanz Och mich wieder, Marcel Ich hab... ich hab nichts gemacht Keiner... keiner hat sich gehobt Doch Doch, aber das steht sogar vorm Namen, wer das gemacht hat Okay Ich glaub du checkst das Prinzip noch nicht so ganz, oder? Äh, Michi Sag mal, nehmen wir überhaupt nicht auf So, beenden mal die Season jetzt, ich will nach Hause gehen muss kann Warte, kommt alles Ja Nehmen wir jetzt eigentlich noch auf, oder nicht? Michi Ja Okay Ich steh ja so mit F5 wieder A white sparkling Dior bing bing Was? Haha White sparkling Dior bing bing Du bist aber Lars Ich leuchte uns den Weg Nein, die Schnause Okay, Michi, komm her Er macht bestimmt unser Game Und aus Okay Das war's mit der Season 1 Auf euch hat's gefallen Und es hat Spaß gemacht Auch wenn es immer so ein paar Mist Stückchen gab, sag ich mal Michi geht ab Wie Fick' euch Haha Waaaah H Haha Lol Wo spawne ich eigentlich? Haha Wo bin ich denn gespawnt? Haha So ich nicht geben zu mir teleportieren? Nein Ach komm. Ey, ich seh unsere Landschaft. Geil. Oder so. Äh. So, jetzt mal. Lol, ich bin wieder. Ach so. Alter, wo sind wir denn? Ja, wir sind am Anfangsborn. Und jetzt will ich mal was dazu sagen. Das könnte hier unser Neuanfang werden, sag ich mal. Also hier könnten wir... Ja, meine ich ja. Obwohl, wo sind wir eigentlich? Mir würde es auch mal interessieren. Jetzt kommt was Lustiges. Junge. Oh, Pache. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Baby, oh, oh, oh. Baby, oh, oh, oh. 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 Mann, Michi. Guck euch mal diesen Berg hier an. Den hier, warte. Und boof, tschüss, erlie. Loll. Ach, lol. Oh, hier starten wir doch. doch nichts bringen die neuestigen zu starten eh mein Enchanted Table ist ja noch da Alter ja nicht gebannt keinartig tut mir leid ey Hauke wie bannt man was gibt es da einen Benning und den Namen BANN wie denn? D-A-N und dann den Spielernamen also D-A-N, Lehrspielernamen mit Slash? ja pass auf, so lass hey wie entbannt man noch entbannt man noch mal hey da passiert nichts so Hauke willst du komplett fliegen? nein warte ich mach zurück wer hat mich gedeobt? Hauke ja Hauke nein sag mal wie bannt man mach mich wieder ob du machst, ja du baust ja nur scheiße gerade du machst einfach ein Slash B-A-N und dann ein Leerzeichen und dann den Namen und dann das Video entbannt hab ich dir ja schon gezeigt Hauke ich darf momentan so viel Scheiße bauen wie ich will, du warst eigentlich gar nicht an der Season hier richtig beteiligt Echte! du warst für die Season 1 gar nicht eingeplant sag mal Lars, bitte Lars, bitte Lars! ja mach mich mal wieder frei ja bist du ey Leute, das Haus von Alex steht noch ja, kein Wunder steckt gar nicht dran der töte dich weg Hauke Hauke Fliege Lass, gib mir mal OP wieder ach Gottchen Rüdiger, du bringst mich noch ins Graf heilig, die Schnauze die Werbung ist total kacke welche? wo ist das Haus von Alex? komm mit, wo bist du? ich hab keine Ahnung das kann ich ja auch ach ja, mach's lo, ich hab gerade oh doch, ich seh's wir haben mal Firefox gestartet so, das ist das Haus von Alex zum Glück hab ich noch TNT nein sind wir heute wieder doll boah, das war Alex Haus übel wieso? das sieht hammergeil aus lass uns mal hochjagen ja, ne? ok, nein, ich beende jetzt ich sie nicht wirklich nein, warte kurz, warte ich bin noch nicht ganz soweit Michi, sind sie tot wenn sie das Haus hochjagen? Michi Hauke wenn er das Haus hochjagt dann sind wir wohl tot, wa? warte, 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 warte warte, 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 warte warte, warte, warte warte, warte, warte ein Ewels geiles Michi, wir können nicht tot sein guck mal guck mal auf die Chatleiste man kann nur bewusstlos sein Mann wir sind nicht bei mh mh3 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 jetzt mal eben ähm hört man das? dass du schwul bist ja, das hört man jeden Tag nein, ich mach mal das Lied nein, egal, jetzt bänden wir die Season wirklich ok, ciao tschüss, hat Spaß gemacht let it snow, let it snow, let it snow obwohl wir im Sommer sind ok, nein, hat Spaß gemacht tschüss hat Spaß gemacht, tschüss hier jäte weiss wir hier 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 hier